Okay. Wieso ist er gelb? Okay, gelb. Yellow. Ach, wurde er dann draußen gebraucht. Zurück. So, unter anderem nämlich hier oben. Das ganze Spiel wieder. Diese Ecken hier Kisten oder so finden, das ist auch eine Kunst für sich. Aber wenn es nicht gerade noch Tag hell wäre, dann wäre es wahrscheinlich im Längen einfacher. Weil ich mich dann besser in das Dunkel gewöhnen würde, augentechnisch. Oh Gott. Jetzt kommt eine Stelle, die werde ich wahrscheinlich auch Lebzeiten hassen. Ich hoffe, ich werde hier nicht wieder reiten müssen. Warum sind das eigentlich immer so Abfuck-Tempel? Das tut mir ehrlich gesagt schon ziemlich leid um eure Augen. Ich kann mir so ein bisschen langschleichen. Vielleicht so ein bisschen. Ein bisschen sehe ich was. Manchmal. Jetzt sehe ich zum Beispiel nichts. Aber hier ist man zum Beispiel schon mal ein Stück safe, weil man die Wand hat. Das ist schon mal... Alter, was ist das denn für ein Weg? Das ist doch kacke. Fallgleich. Das ist doch kacke hoch 10 hier. Ich kündige. Toll. Ich kann den gelben Stein weg machen, damit ich bei einem roten Stein lande oder was? Ich kann mich verarschen. Das ist doch nicht wahr, ey. Super. Ups. Oh nein. So, ich muss mich leider zuerst mal der Lady annehmen, weil die ist halt wirklich bei den Gegnern hier am stärksten mit ihrer Scheiß-Attacke. Oh, das ist weg. Schnell. Ich muss eigentlich auch unbedingt neue Waffen haben. Ich hätte vorher vielleicht leveln müssen. Ich finde ich... Also soll ich sterben beim Versuch, wollen zu tamen? Werde ich auf jeden Fall... Woll zu tamen, vor allem. Ich habe zu viel Arke spielt. Und wollte zu pakten, zu verpakten, werde ich erst einmal notwendig leveln gehen, denke ich. So, ich schau mal gerade, wir haben jetzt gelben Blitz. Damit könnten wir auf jeden Fall hinten schon mal was machen. Ich verpiss nicht mal Vogel. Dankeschön. Ja, da, 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 da. Komet gefunden. Juhu. Oh. Bitteschön, Genies. Wow. Guck ich jetzt weiter, wie war denn das jetzt? Äh? Mist. Scheiße. Okay, hier ist jetzt aber nichts bei, wofür ich jetzt... Bevor ich jetzt groß Angst haben müsste, hatte ich. Das Ding im Ding im Sand sieht geil aus. Nervt mich ein bisschen, dass sie für Reign aber noch keinen neuen Start haben. Sehr gut, Genies, sehr gut. So. 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 Die Thematik mit den Vögel nächtig. Wie viel zu tun dafür? Mauer. Ich bin rausgeflogen, Vogel. Ich kann irgendwie noch bestimmte Abstände beim Anschlucken über mich. Na gut, Raiden. Good job. Oh, da war rot. Okay. Ach, ich bin so dumm. Ach, Moment, ich bin so dumm. Moment, Moment. Monument. Moment, ich bin so dumm. Ich hab das da oben komplett vergessen. Nur mit dem Game, was ich dann auch, wo wir hin müssen. Ach, kann ich mit so... Manchmal, ne, habe ich im Kopf zum Haareschleiden. So. Wechsel nochmal die Funktion des Bahnerings. Jetzt schieße ich da wieder blaue Blütschel, das ist gut. Das sollte er tun. Okay. Mann, Mann, Mann. So. Ähm. Ist eigentlich, glaub ich, das Tür gesprungen auf beiden Seiten des SP. Ja, schau, ich dachte, an ihm komme ich besser vorbei. Äh. Vergiss es, Lady. Du kannst bei wem anders hier deinen Charme einsetzen. Ja, komm her, du kleines komisches Schwert. Wird dich kaputt schwerten. So schön. So, noch ein paar Schwerter. Ich mache Schwerter mit Schwertern kaputt. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich muss noch bald mal gucken, ähm, wegen meiner Platte. Ich hab noch Folgen von gestern drauf. So. Zack. Genau das haben wir nämlich gebraucht. So, und jetzt holen wir uns The Yellow. So, Lightning. Dafür gehen wir ganz einfach nochmal hier unten hin. Zack. Oh, ich bin so blöd. Ach, scheiße. Nein! Shit-Hack. Mann, ey. Ach, ich könnte auch ausweichen. Vielschlag. So. So, eins ist zerstört. Nächste direkt hinterher. Ähm, zack. Äh, Rorschengiel. Oh, wunderbar. Rain muss sich auch mal kurz was geben. Rorschengiel, bitte schön. Andere... Ist auch falsch. Na gut, egal, sind beide wieder voll. Auch nicht tragisch. So. Jetzt haben wir erst mal die zweite Konsole darunter. Und dann gucken wir, dass wir nochmal, äh, da hinten hinkommen. Ja, 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 ja. So, wunderbar vorbeigeschlichen. Zack. So, hoffentlich, dass wir das so runterhalten. Das wissen wir auch schon, wo wir das bekommen. Aber, um daran zu kommen, ist mir glaube ich noch ein bisschen trexen. So. Ähm. La 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 la. Äh, wie war das jetzt? Der war, glaube ich, falsch. Das war's noch nicht mehr. Ich geh mal kurz entlang. Vielleicht war's nicht der Weg, der wird's gerade um das gelaufen sind. Nee, ist nur eine Reihe. Ja, 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 schnell, wie drücken, wie, 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 wie. Boah, ich war grad nicht mehr gefallen. Panik! Nein, 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 nein. Ich vergesse aber, dass da keiner man desst. Yeah, please. Don't do that to me. I'm a little girl. Eigentlich nicht, aber das ist so genau hier, was ich jetzt ... Exec, diesmal hält er sich nicht fest. Das ist wunderschön. Okay, ähm Ich muss glaube ich von oben anfangen Wenn ich mich komplett rechtens entsinne Ich bin mir nicht sicher Aber rein aus Überlegungen her Tue ich das einfach mal, wenn es sinnvoller wäre Zack Huch Zack Sack Erstens weiß ich absolut nicht was passieren Wenn die Dinger kaputt sind Aber sie werden schon irgendeinen Zweck Also nur einen Zweck haben Dreckig Ich weiß es nicht So, jetzt muss man das Ding allerdings erst mal aus dem Weg räumen Bitte Okay, keine dufe Lady dabei Das ist gut Ja, ist es okay, Genius Ich sag ja, wenn die einfach von der Magieattacken getroffen worden sind Sind die auch für normale Attacken anfällig Sie scheint wirklich nur Hauptreaktionen auf Magieattacken zu haben Wenn nicht, korrigiert mich bitte Speicherkristall gefunden Ja gut Dann hatten die denn halt Ist auch okay Gut Speicherkristall haben wir Ehrlich gesagt habe ich null Ahnung, ob das überhaupt irgendwas bezweckt Ich glaube nämlich nichts Ich sehe gerade Kein Nutzen darin Vielleicht später Ich weiß es nicht Okay Jetzt ist die Frage Wie kommen wir an das Rote dran Dass wir auch das vervollständigen können Also dass wir uns da auch Die Dings holen können Weil ich hier schon drinnen Es ist gerade eigentlich gemeint Nicht Waa Bin ich so gut am Wege merken Waa Was tue ich denn Gerade von einem Fälle in den nächsten Das tue ich So Oh Komm schon Ich hasse es Ja Leck mich doch am Arsch Ich glaube hier war ich aber schon Oder Ja hier war ich schon Äh Shit Okay Ähm Ich weiß es gar nicht Darum komme ich nicht hin Wann bin ich hier? Ah Ach Müsste ich jetzt An den blauen Blitz Könnte ich an die Kiste rankommen Wow Na gut Jetzt komme ich nicht mal an die Kiste ran Das ist natürlich doof gelaufen Aber Ist jetzt auch egal Da warten leider eine Menge Cooler Dinge auf mich Aber Das kann mich Ich komme jetzt leider auch nicht mehr zurück Shit Naja schade Aber mit dem gelben Blitz geht es leider nicht Naja wurscht Kann ich jetzt leider nicht ändern Hätte ich vorher mal drauf achten sollen Wow Wow So Was ist der aus? Frag mich Wie das irgendeine Bedeutung hat Da oben ist noch was gelb ist Da müsste ich Drauf schießen um an die Konsole zu kommen denke ich mal Oh Ist das schwierig Ich würde nicht wieder runterfallen Nicht wenn ich so weit gekommen bin Jetzt bin ich hier Jetzt glaube ich den Weg im Endeffekt nur wieder zurück Ist ja doof Es ist ja doof Ich dachte jetzt Jetzt kommt noch was Spannendes Aber nö Irgendwürdig So was schaut Ja So Ähm Kann ich hier irgendwo irgendwo rein gehen? Nein Ach Mist Das habe ich gar nicht Egal 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 Ertrusto So Egal Egal Fügel Vogel 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 Ja Gut rausgeflogen würde ich sagen Verschwendete TP Wieso kann er die treffen? Das ist voll doof Ich bin beleidigt So Let's hit Okay Der hat sich wieder festgepackt Der ist so dumm Oh Jetzt Laufen 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 Also was ich Lass mich jetzt runterfallen Ich muss sowieso Zum Anfang zurück So Ich werde sowieso zum Anfang zurück Zack Einmal speichern Denn ich muss gerade gucken Ob meine Platte voll ist Da ich noch Aufnahmen von gestern Auf der Platte habe Und ich möchte Dass hier dann am Ende Nichts anders Deswegen würde ich sagen Ob wir Volt Mit Volt ein Pakt Eingehen können Und ob wir durch dieses Kusselmussel Scheiß Teil Noch irgendwie heil durchkommen Sehen wir dann in der nächsten Folge Ich bedanke mich fürs Zuschauen Und sag Böse Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal